tolka toast like and subscribe thank you please check out our shop for the official tolka toast merch lalalala oh einen brief muss ich noch ausliefen dann bin ich fertig mit der arbeit die post ist da auf wiedersehen ich habe doch nichts bei amazon bestellt was könnte das nur für ein paket sein schauen wir mal oh das ist gar kein paket das ist ein brief auch von der universität ob kylie es rein geschafft hat oder nicht muss ich schnell wecken gehen kylie kylie schatz wach auf du hast einen brief bekommen was ist los mama das ist doch der brief von der universität ich bin so nervös mama ich habe es geschafft mein schatz ich wusste doch dass du es in die schule rein schaffst ich bin so stolz ich kann es immer noch nicht glauben dass ich es in meine traumuniversität geschafft habe und heute wird sogar mein erster schultag sein da muss ich doch natürlich gut ausschauen okay fangen wir an mit meinem make-up zuerst brauche ich eine hautcreme da meine haut nach dem schlafen immer so trocken ist und dann einen schönen lippenstift perfekt und jetzt noch einen leichten braunen lidschatten links und rechts warte irgendwas fehlt noch genau rouge hier noch ein bisschen und fertig bin ich mit meinem make-up jetzt muss ich noch mein pyjama aussehen und in meine alltagskleidung rein okay ich glaube ich bin fertig für die schule ich bin so aufgeregt ich hoffe ich mache viele freunde kylie ach du hast deinen rucksack vergessen hier mein schatz ach mama dankeschön vor lauter nervosität hätte ich fast meinen rucksack vergessen wir sehen uns nach der schule mama hallo bist du auch oft hier naja tschüss war das nicht der unheimliche postbote naja egal jetzt naja egal jetzt auch bisschen zeit habe ich ja noch bevor die schule anfängt und da kann ich mir natürlich nicht mein lieblings bubble tee entgehen lassen erdbeer bubble tee das wären dann 1200 euro hier ist das geld dankeschön bis zum nächsten mal also so schaut jetzt meine neue schule aus hallo ich möchte mich gerne registrieren oh hallo willkommen hast du den bestätigungsbrief ja habe ich einen kurzen moment hier ist der kylie jane 15 jahre alt aus borlin okay passt ich habe dich im system eingetragen deine erste stunde wird chemie sein die fängt in zehn minuten an oh dann kann ich ja noch mein bubble tea fertig trinken boah ich hasse meinen job ich kann es immer noch nicht glauben dass ich es in diese elite universität rein geschafft habe weil sonst gehen hier nur reiche schüler hin aber zum glück habe ich ein stipendium bekommen ach das muss ja die neue schülerin sein danke für deinen rucksack tschüss warte mal was da das war doch mein rucksack hey warte bitte gib mir meinen rucksack wieder was sagst du du willst den rucksack wieder haben hier hast du deinen rucksack wieder was war denn das ich kannte die person nicht mal oh mann und der chemieunterricht fängt gleich an und ich komme nicht an meinen rucksack ran was kann ich nur machen aber im eingang war doch ein stuhl den gehe ich mir schnell holen ich glaube mit dem stuhl sollte es sich ausgehen er hat halt rede oh es ist schon sehr wackelig zum glück habe ich mich nicht verletzt warte noch einmal euch habe es geschafft jetzt habe ich meinen rucksack oh mann mein erster schultag fängt ja schon mal komisch an mimi schau mal ein stuhl steht hier im gang wie gefährlich den müssen wir schnell weg geben nicht dass jemand noch drüber stolpert warte bitte nicht ich brauche den stuhl wie soll ich denn jetzt noch runter kommen jetzt ist es viel zu hoch yo justin hast du das auch gehört was war denn das für ein geräusch also ich habe nichts gehört naja ich muss dann mal los muss zum chemieunterricht gehen aber jetzt höre ich es auch das klingt ja wie eine kreischende katze ich glaube ich will hier runterspringen omg mimi siehst du was ich gerade sehe hey justin du riechst so gut heute kannst du bitte aufhören an meiner schulter zu schnüffeln das ist ein bisschen komisch was ist da los ein wal ist auf mir gelandet also ganz ehrlich ich hätte mir fast ein bein gebrochen wegen euch zwei ihr habt mir den stuhl entfernt und du hast mir meinen rucksack rauf geworfen und du geh mir aus dem weg ich bin kein wahl wer war dieses mädchen und wieso greift sie meinen justin an justin justin ist alles okay ich habe mir solche sorgen um dich gemacht tut dir irgendwas weh soll ich dir ein küsschen auf deine wunden geben was geht mein bro ich meine ähm anton ja alles ist gut ich habe mir nicht weh getan aber ich muss jetzt los aber aber ich bin nicht dein bro ich bin eine zukünftige freundin und mein name ist nicht anton es ist antonia keine sorge er hat den namen sicher nur vergessen weil die neue transferstudentin auf seinen kopf gefallen ist daran muss es wohl liegen die kann was erleben so bevor wir mit dem unterricht anfangen werden wir noch die neue studentin grüßen namens kylie was ist das bitte für ein name ist es etwa chinesisch gerade noch so geschafft zum unterricht und nein bin ich mit diesen zwei blödmännern in der klasse auch hier bist du ja kylie fangen wir mit dem unterricht an ich bin schon so gespannt was wir im chemieunterricht heute machen werden so jeder bekommt ein reagenzglas welches wir füllen werden mit coca cola denn damit kreieren wir in chemie ein big mack kylie magst du uns es bitte vorzeigen was haltest du davon ja okay also das reagenzglas füllen mit coca cola mach ich das überhaupt richtig ja perfekt bevor du die flamme einschaltest komm bitte rüber und zieh dir sicherheitsgläser an wir wollen ja nicht dass du dich verletzt kylie schnell schnell nicht dass mir mich noch dabei erwischt okay und was muss ich doch mal machen gibt noch bisschen coca cola dazu und dann schaltest du die flamme ein okay noch bisschen coca cola und jetzt wie konnte das denn passieren kylie du hast dich wohl nicht an meine anweisungen gehalten dafür bekommst du ein fünf minus und jetzt gehe es sofort abwaschen aber aber ich habe doch alles genauso getan wie sie es mir gesagt haben das hat sich sowas von verdient das war so ein geiler prank na sag mal antonie wieso lachst du und justin steckt ihr beide etwa dahinter und und was meint ihr beide mit prank ich will eine erklärung und natürlich nicht frau lehrerin prank bedeutet nur dass sie uns so leid tut ja das macht sinn ich weiß nicht mal was ich denen getan habe dass die mich so auf dem kika haben wie wie schauen denn meine haare aus und nein zum glück habe ich einen kamm dabei auch schon viel besser egal kopf hoch ich werde mich von diesen zwei nicht unterkriegen lassen was für ein fach habe ich jetzt wohl als nächstes es ist mittagszeit ich hatte schon so einen cola perfekt ich werde jetzt in die kantine gehen auch ich bin die erste nicht mal eine lange schlange gibt es hier ich war eigentlich vor dir eine minute später gekommen hätte ich sicher eine halbe stunde anstehen müssen bohr was ist das für eine lange schlange ich habe ja mal gar keinen bock so lange zu warten hier lässt du mich vor bruder mein gott justin hat mit mir geredet ja natürlich er ist so heiß oh nein was macht die denn hier ach wen haben wir denn hier kyle die neue studentin wo sind denn deine neuen tollen haare hin oh justin ich wette mit dir all das ist nur deine schuld oh kyle bist du endlich fertig mit deiner standpauke und lässt mich jetzt vor wie du sehen kannst ich stehe nicht gerne an und du kannst froh sein dass du so süß bist weil andere dürfen sich sowas nicht mit mir erlauben keiner redet so mit mir und jetzt geh mir aus dem weg ich habe mega hunger ich hätte gern die rote jause hier ist deine rote jause mahlzeit danke und viel spaß beim warten was ist bitte sein problem ist auf dem falschen fuß aufgestanden könnte ich die gelbe jause box haben dankeschön naja wenigstens ist das wetter heute wunderschön und ich kann meine jause draußen in der sonne essen lecker mhm ey du kleiner gift zwerg hast du endlich meine hausaufgaben fertig gemacht justin es tut mir so leid ich musste gestern auf eine beerdigung ich konnte deine hausaufgaben darum nicht machen all diese ausreden wegen dir bekomme ich noch eine schlechte note ich werde sie heute machen heute ist es zu spät und es verschwindet was fällt diesem kleinen gift zwerg ein meine hausaufgaben nicht zu machen wegen ihm muss ich jetzt mein eigenes gehirn verwenden vielleicht muss ich morgen als strafe seinen kopf in die toilette stecken ich bin so schlecht gelaunt na wen haben wir denn da ich weiß jetzt ganz genau was mich aufheitern wird ah meine jause wer war das denn komm raus und zeig dich ach kairi du hast mir eine jause gekauft das wäre doch nicht nötig gewesen na das hättest du wohl gerne das ist meine jause was redest du das ist meine jause ganz ehrlich du bist sowas von kindisch o.m.g. was macht mein zukünftiger freund hier mit dieser kakerlake was fällt ihr ein die gleiche luft einzuatmen wie mein geliebter justin das ist meine jause gib sie mir zurück ich hoffe sie rutscht hier aus und bricht sich ihr bein oh nein ich falle jetzt berührt sie noch meinen justin ich muss weg von hier ich ertrage das nicht mehr oh entschuldigung das ist meine jause ähm kannst du bitte gehen sonst melde ich dich bei der direktorin boah du verstehst ja auch gar keinen spaß ähm bitte was das war spaß dann haben wir beide wohl andere vorstellungen was spaß bedeutet was ist bitte falsch mit ihm und seinen freunden jetzt treffe ich diese zwei noch hey leute ich hab heute eine party seid eingeladen ja die adresse ist die militante veganerin straße nummer 4 was sie macht eine party ich weiß ganz genau wie ich mich bei allen heute rächen werde und die party wird so cool ich hoffe justin kommt auch mhm 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 antonia wieso weinst du was ist denn los die neue studentin ich glaube sie will mir meinen prinz justin ausspannen antonia keine angst das wird niemals passieren denn ich hab justin zu meiner party eingeladen und dort werden wir flaschendrehen spielen und ich werde dann sagen dass sie dich küssen muss mensch anna das ist ja eine fabelhafte idee so blöd bist du ja gar nicht wie du ausschaust danke für das kompliment antonia wir sind immer für dich da ach ihr seid meine aller besten freunde jo leute antonia ist auch schon da ich liebe dein outfit antoni du schaust so anders aus natürlich ich hab mich ja extra schön gemacht für meinen prinzen justin ähm wo ist eigentlich justin ach ich hab voll mit ihm telefoniert und er sollte in 10 minuten da sein ach da bin ich aber erleichtert zum glück kommt er ach ich muss noch schnell mein make-up auffrischen bevor er mich sieht mensch antonia du brauchst auch kein make-up wir wissen alle dass justin voll in dich verliebt ist hey anna echt eine coole bude hast du hier sogar einen pool hast du mhm was ist denn das für ein getränk das ist fanta kiwi anna sag mal was fällt dir ein an dich hier hinzusetzen ey das hat voll weh getan wieso hast du das gemacht wenn du dich hier her sitzt hast du schon mal daran gedacht wo justin sitzen wird oh nein antonia du hast da vollkommen recht was fällt mir ein in meinem eigenen haus mich hinsetzen zu wollen ähm ich werde mich einfach hier her stellen ist das okay dankeschön anna und was ist mit dir mimi du blockierst mir die sicht vom eingang ich seh nicht mal wenn er kommt oh aber natürlich antonia ihr seid einfach meine allerbesten freunde und als dankeschön hier nimm dieses getränk was ich gerade auf dem boden gefunden hab und nimm dieses getränk was bisschen abgelaufen ausschaut für dich prost da ist er ja justin ist da oh er schaut so wunderschön aus mein prinz ich muss ihn begrüßen gehen nachdem sie mich alle so schikaniert haben in der schule kommt und endlich meine chance um mich zu rächen oh nein sie haben hier sogar security puh nochmal glück gehabt beide sind am schlafen ich hoffe dass ich allen die party verderben werde wenn es plötzlich kackhäufchen vom himmel regnen wird hehehehe justin ich bin so froh dass du heute gekommen bist mein herz hat sich so nach dir gesehen ah justin so cool dass du auch hier bist ach justin du musst sicher durstig sein komm lass uns anstoßen auf dich ähm ok dankeschön vorzüglich war das ähm ich chill mich mal hier hin oh justin von hinten schaust du sogar noch besser aus als ihr voll den knackigen po und weg damit ich hoffe sie freuen sich über diese überraschung oh ich wünschte ich könnte ihre gesichter sehen oh nein oh nein hilfe was geht denn hier los oh ich falle gleich oh nein was ist denn das für ein geräusch jetzt bin ich komplett nass wegen dir leute schau mal was vom himmel regnet was ist denn das und wieso stinkt das so da sind doch kackehäufchen um himmels Willen wieso fliegt kacke vom himmel aber was doch viel schlimmer ist Wieso liegt die neue Schülerin in den Armen von Justin? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. All das ist nur ein schlimmer Traum. Ich träume nur, ich träume nur. Oh, nichts wie weg von hier. Hey, warte doch auf mich. Wo ist sie nur hin? Oh nein, und jetzt fängt es sogar noch an zu regnen. Sie wird sich sicher verkühlen in dem Wetter. Nein, Justin, Justin, hier bist du. Ich habe dir an den Schirm mitgebracht. Es regnet ja und ich will nicht, dass du krank wirst. Wobei, mit nassen Haaren schaffst du noch heißer aus. Ähm, wie war dein Name nochmal? Ah ja, genau, Anton. Danke für den Schirm, bis später. Aber, aber Justin, wie kannst du dich nicht an meinen Namen erinnern? Mein Name ist doch Antonia, deine zukünftige Freundin. Oh, das ist nur die Schuld von der neuen Schülerin. Das war so peinlich. Am liebsten würde ich die Schule wechseln. Oh, es ist so kalt. Hey, hey, Kairi, da bist du ja. Ja, hey, hier, nimm den Schirm, sonst verkühlst du dich noch. Ähm, wieso bist du auf einmal so nett zu mir? Ähm, ich hatte nur Mitleid. Ich muss wieder los. Tschüss. Also wirklich, den soll doch einer verstehen. An einem Tag mobbt er mich und jetzt ist er nett zu mir. Oh, endlich bin ich wieder daheim angekommen. Und in wenigen Stunden muss ich schon wieder in die Schule gehen. Oh nein, ich hab mich so blamiert heute. Alle werden sich sicher über mich lustig machen. Vielleicht morgen, wenn ich aufstehe, kann ich ihr zu Mama sagen, dass ich verkühlt bin oder Fieber hab. Dann muss ich nicht in die Schule gehen. Oh mein Gott, was ist bitte los mit mir? Wieso muss ich mich jedes Mal so blamieren? Und jedes Mal falle ich in Justins Arme. Das war so peinlich. Und wieso war Justin so nett zu mir auf einmal? Was denkt ihr, Toasties? Will er mir wieder einen Prank spielen? Naja, genug von Justin auf jeden Fall. Und jetzt grüßen wir unsere Kanalmitglieder. Ganz liebe Grüße an... Und ganz liebe Grüße an der Kiwi. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass du dir das Video schon 5 Mal angeschaut hast. Und liebe Grüße gehen auch an die Amelie und Love Friends. Danke an euch beiden für den lieben Kommentar. Und für alle die, die bis zum Ende geschaut haben, würde ich mich super freuen, wenn ihr mir ein Tier-Emoji hinterlassen könnt. Dann weiß ich, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Tschüss Toasties! Danke für die Zuschauer. Don't forget to like and subscribe.